Willst du schon wieder mit Horchi spielen? Ja, Horchi, guck mal, der Kalle spielt dich an. Das ist komisch für dich, ne? Was machen wir denn da draus? Willst du noch mal probieren, Kalle? Wo ist Horchi? Guck mal, jetzt kommt er ein bisschen. Kommst du jetzt zum Kalle? Hm, kleiner Drehkopf. Hast du schon gehört? Ja, hat's ganz viel mit Körnern geraschelt. Ich hab ganz viele neue, leckere Körner gekauft für dich. Und du, Pix? Ja, du hast auch schon gesehen, dass Horchi gekommen ist, ne? Ja. Du kannst die leeren Tüten haben, wenn du möchtest. Magst du doch. Du willst die große Tüte hier? Na, probier einfach. Na, Kalle, noch mal gucken gehen zum Horchi? Mhm. Ist schwierig, ne? Ja. Vielleicht findet ihr noch einen Weg. Wir werden sehen. Nicht wahr, Pixepaxepuchse? Was sagt Fräulein M dazu? Fräulein M sagt Auszeit. Machst du ein Päuschen? Ganz ungewöhnlich um die Uhrzeit, ne? Ja. Brauche ich immer einen freien Nachmittag. Unglaublicher Vorfall. Gut. Ihr kommt soweit klar und ich kann hier erstmal weitermachen. Sehr schön. Also hat erstmal ein Päinchen. Und ich kann hier mal verraten. Ja, ich kann hier richtig. Aber die Päinchen ist ein Päinchen. Und ich kann hier richtig, ill.